Wollt ihr etwas Schnelles zu Weihnachten essen? Dann bleibt dran! Heute gestalten wir einen Pizzatannenbaum. Dazu benötigt ihr Pizzateig oder macht ihn selbst. Nun schneidet ihr einen Tannenbaum auf den Pizzateig aus. Siehe Video, habt ihr es geschafft, könnt ihr euch Ausstecher holen und in Käsewurst auf die Pizza verteilen. Den restlichen Teig könnt ihr als Brüllchen formen und die Reste hinein stöpfen. Fertig! Dann ab in den Ofen. Bitte beachtet die, nun heißt es warten und den Tisch decken. Dann holt ihr die Pizza raus und einen guten Appetit!